Hallo, ich grüße euch Geschwister im Glauben. Ich wollte die Erde nicht vernichten lassen von der kaputten Ozonschicht, die schon total kaputt war, wo ich bei Gott, dem himmlischen Vater, beten habe, dass die Ozonschicht in den ursprünglichen Zustand zurückgebeten worden ist und dass die Bäume verherrlicht worden sind, dass der Ozonschicht keinen Schaden mehr durch die Auto- und Fabriksabgase zerstört werden kann. Ich wollte nicht, dass die Erde vernichtet worden ist durch vier Antrex-Attacken, wobei bei jeder Antrex-Attacke alles Leben auf dem Planeten Erde ausgelöscht worden wäre. Und wer meine Glaubens-Videos anschaut, der kann den Heiligen Geist befragen und noch mehr herausfinden über das alles. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert bitte meinen Kanal und fragt den Heiligen Geist um Wahrheit. Und tschau Babara, gebt mir ein Like. Danke. Tschüss. 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 Chiunかi?